Uwe Mörle, wenig zu tun da hinten für die Augsburger. Dann ist wieder Semmler, oh, Fehler, kommt in Straucheln, Werner, Torgelle, 3-0, Sandor Torgelle, heute der Sturmpartner neben Turk, der T- und T-Sturm hatte getroffen. Aber natürlich begünstigt durch Keeper Semmler. Innerhalb von 150 Sekunden musste er zweimal hinter sich greifen und das nach dem Comeback. Torgelle nicht im Abseits.